Ich werde oft gefragt, ob man für die Prozessverbesserung PDCA anwenden sollte oder DEMAIC. Jede der beiden Methoden hat Vor- und Nachteile. Damit Sie selbst eine gute Entscheidung treffen können, bekommen Sie in diesem Video ein paar Hintergründe und natürlich wieder ganz viele Praxisbeispiele. Und meine persönliche Empfehlung zu PDCA und DEMAIC sind Thema dieses Videos. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. PDCA und DEMAIC sind Vorgehensweisen zur kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen. Aber was genau sind die Unterschiede und wann soll man welche Methodik anwenden? Starten wir mit PDCA. PDCA steht als Abkürzung für Plan, Do, Check, Act und ist ein immer wiederkehrender Zyklus. Ist man einmal mit Plan, Do, Check, Act durch, dann fängt man wieder von vorne an. Bekannt geworden ist der PDCA-Zyklus durch Edward Deming vor fast 100 Jahren und ist heute ein ganz fester Bestandteil des Lean-Managements. Bei der Plan-Phase geht es tatsächlich um die Planung des Verbesserungsschrittes. Man sucht also Antworten auf die Fragen, was ist das Problem? Warum ist das ein Problem? Gibt es Zahlen oder Daten zum Problem bzw. zur Abweichung vom Ist zum Soll? Können wir das Problem mit unseren Ressourcen und Mitteln lösen oder brauchen wir Hilfe? Was ist unsere Hypothese für die Ursache des Problems? Welches Experiment wollen wir durchführen, um zu testen, ob unsere Hypothese stimmt oder verworfen wird? Wie werden wir messen und beobachten, ob unsere Maßnahme erfolgreich war und das Problem beseitigt oder zumindest gemildert wurde? Sie merken an diesen Fragen, dass diese helfen sollen, das ursprüngliche Problem und den Erfolg danach besser zu verstehen. Aber alle Fragen sind nicht nur in einer festgelegten Reihenfolge in der Plan abzuarbeiten, sondern der PDCA-Zyklus gibt Ihnen sehr viel Freiheit, sich der Situation anzupassen. Das waren also alles Beispielfragen, die müssten Sie so nicht stellen. Es macht allerdings Sinn, wenn Sie sie letztendlich beantworten. In der Du-Phase des PDCA-Zyklus probiert man sein Experiment aus bzw. setzt seine Idee und Maßnahme an einem Testobjekt um. Mehr ist es nicht wirklich. Es geht ums Machen und vor allem ums Machen in einer angemessenen Zeit. Und nicht nur, man müsste mal. Das furchtbare, man müsste mal. Nein, mit man müsste mal kommt man nicht weiter, sondern wirklich nur mit dem Tun. Und besonders spannend ist die Check-Phase des PDCA-Zyklus. Hier untersucht man systematisch die Ergebnisse seiner Maßnahme bzw. seines Experiments. Und mit systematisch meine ich anhand von Messwerten und objektiven Beobachtungen und nicht vom Bauchgefühl. Um zu bewerten, ob die umgesetzte Verbesserung tatsächlich zu einer Verbesserung führt, muss sie mit dem Plan-Phase festgelegten Erfolgskriterien verglichen werden. Jetzt wissen Sie auch, warum die Festlegung vorher, also in der Plan-Phase, so wichtig ist. Weil sonst jede Aktion Mangelsmessung immer ein Erfolg ist. In der Act-Phase des PDCA-Zyklus wird der Prototyp, also die Verbesserung in der Testumgebung, auf alle vergleichbaren Prozessschritte ausgerollt und zum neuen Standard erhoben. Wer jetzt beim Thema Standards die Augenbrauen hebt, für den habe ich hier ein ganz spannendes Video zum Thema Standards. Da freue ich mich auch mit einigen Missverständnissen zum Thema Standards auf. Schauen Sie da mal mit rein. Der zweite zentrale Bestandteil der Act-Phase ist das Lernen aus der Do- und Check-Phase. Also die systematische Reflexion, was da eigentlich passiert ist. Es kann ja gut sein, dass eine Idee oder eine Maßnahme eben keine Verbesserung bringen, also scheitern. Und das ist auch völlig in Ordnung, solange man das in seiner Reflexion beachtet und daraus lernt, wie es eben nicht funktioniert. Sie haben ja vielleicht schon mal gehört, Edison, der Erfinder der Glühbirne, soll gesagt haben, er wüsste jetzt tausend Wege, wie es nicht funktioniert. Und diese Reflexion zum Beispiel ist auch eingegangen in ganz neue, agile Methoden, wie zum Beispiel dem Scrum. Da gibt es ja auch immer den Sprint-Review, das ist auch eine Reflexionsphase, um sich zu überlegen, was können wir daraus lernen aus der abgelaufenen Sprint-Phase, um uns für die nächste eben entsprechend zu verbessern. Also diese Elemente des Reviews und des Lernens daraus sind also auch in ganz, ganz neue, agile Methoden vom Edward Demming quasi geklaut worden, naja, ausgeborgt vielleicht und dann entsprechend übernommen. Demaic ist die Abkürzung, das ist die zweite Methodik für Define, Measure, Analyze, Implement und Control. Demaic stammt aus dem Six Sigma. Und beim Demaic geht es wie beim PDCA um die Verbesserung von Prozessen und Abläufen. Allerdings ist Demaic die deutlich jüngere Vorgehensweise. Six Sigma stammt aus den späten 1980er Jahren und ist damit rund 50 Jahre jünger als der PDCA-Zyklus von Edward Demming. Was passiert in den jeweiligen Phasen des Demaic-Zyklus? Also beim Define, bei der Definition, geht es um ein möglichst genaues Erfassen des Problems. Die Kunst ist hier wirklich, das Problem zu anderen Problemen abzugrenzen und damit auch vor allem einzugrenzen. Das, was man neudeutsch Scoping nennt, das passiert ganz, ganz stark in der Define-Phase des Demaic-Zyklus. Mit einem Cypog wird zum Beispiel eine erste grobe Prozessabgrenzung erreicht und ist bereits Bestandteil des Define. Um zu sagen, wo beginnt der Prozess, wo endet der Prozess, dafür reicht der Cypog aus. Um zu sagen, auch dieser Prozess nur ist jetzt im Blickwinkel der Betrachtung und nicht eben die angrenzenden rechts und links. Wem der Prozess oder der Begriff des Cypogs unklar ist, hier finden Sie noch ein Erklärvideo zum Thema Cypog mit vielen Hintergrundinfos, wie man die leicht aufstellt. Das ist ein ganz tolles Werkzeug, um sich den ersten Prozessüberblick auch zu verschaffen. Außerdem soll das, was der Kunde will, als Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen dienen. Die sogenannte Voice of the Customer, also die Kundenstimme ist dabei maßgeblich. Und auch zur Voice of the Customer finden Sie hier noch ein Video mit Hintergründen für Sie, wie man die entsprechend erhebt und vor allem auch entsprechend runterbricht. Und aus der Voice of the Customer werden die kritischen Erfolgsfaktoren als Kennzahlen abgeleitet. Also der Critical-to-Success-Tree, der Kennzahlenbaum. Das ist eben genau dieses Herunterbrechen. Das alles passiert bereits in der DeFi-Phase. Und wer sich den Critical-to-Success-Tree, also den Treiberbaum der kritischen Erfolgsfaktoren, noch mal näher ansehen will, findet auch hierzu noch mal ein Video. Auch da habe ich das noch mal genau aufgedröselt, wie man eben von Unternehmenszielen über Voice of the Customer und den Critical-to-Success-Tree weiterkommt. Diese ganzen Erkenntnisse zur Problemabgrenzung werden mit der Zusage für entsprechende Projektsressourcen wie Budget oder Mitarbeiter in einem Projektcharter festgezurrt. Es wird also wirklich aufgeschrieben, es wird ein Projektsteckbrief erstellt, der dann auch oft unterschrieben wird. Das ist eben im Defined ein relativ wichtiger Punkt. In der Measure-Phase werden die Daten zum Prozess erhoben bzw. die Messmittel selbst ausgewählt und aufgebaut. Die Marek setzt hier sehr stark auf quantitative Methoden und die Messung der diversen Prozesskennzahlen. Die Measure-Phase kann auch nicht abgekürzt oder übersprungen werden, denn dann funktioniert das gesamte weitere Vorgehen nicht mehr so, wie es soll. Also die Methodik, die Marek setzt ganz klar darauf auf, dass es eine sehr ausgeprägte Measure-Phase gibt. Jeder, der mir in den letzten vergangenen 20 Jahren erzählt hat, die Marek funktioniert nicht, hat sich das Leben entweder in der Define-Phase oder in der Measure-Phase zu leicht gemacht. Aber diese beiden Phasen sind also so beliebt wie Mokabel lernen, das verstehe ich ja, aber ohne geht es eben nicht, sondern das Demal-Konzept fußt tatsächlich auf einer klaren Problemdefinition und einer ganz klaren Messung. Die Measure-Phase wird abgeschlossen mit statistischen Auswertungen und grafischen Analysen und Darstellungen der erhobenen Daten. Das ist noch nicht die Analyse-Phase selber, sondern nur die objektive Darstellung des Ist-Zustandes. Und da auch nochmal das Thema Messen und Kennzahlen und Statistik. Es gibt recht einfache Methoden, dass man mit ganz wenig Stichproben und Kennzahlen schon bereits gute Ergebnisse bekommt, um gute Entscheidungen treffen zu können. Messen bedeutet ja nicht abzählen. Das ist immer wieder so ein Missverständnis. Sondern Messen bedeutet nur, die Unsicherheit über einen Sachverhalt so weit zu reduzieren, dass ich eine gute Entscheidung treffen kann. Bei Analyze wird nach der wahren Ursache geforscht und im Rahmen des Demalik-Zyklus das ganz große Besteck aufgefahren. Also neben den üblichen Methoden wie dem Ishikawa-Diagramm, 5Y, FMEA und Co., kommt auch das gesamte statistische Set zum Tragen. Und da sprechen wir über Konfidenzintervalle, Hypothesentests, Multivariate, Regressionsanalysen und dem Design of Experiments. All diese Analyse-Werkzeuge hier vorzustellen, würde es den Rahmen dieses Videos natürlich völlig sprengen. Dafür gibt es Ausbildungen über mehrere Wochen und Monate zum Six Sigma Green Belt oder noch weitergehend eben zum Black Belt, wie ich einer bin. In der Improve-Phase des Demalik-Zyklus werden aus den gewonnenen Erkenntnissen die Verbesserungen designt und umgesetzt. Und schlussendlich wird in der Control-Phase eine erneute Messung durchgeführt, mit der die Ursprungsmessung der Mescher-Phase verglichen. Damit hat man den Beweis, ob die Verbesserung wirklich was gebracht hat oder eben auch nicht. Und ob man sich auf den nächsten Zielzustand eben schon angenähert hat oder eben nicht. Und außerdem wird auch, und das ist auch ein ganz zentraler Punkt in der Control-Phase, über eine laufende Prozessüberwachung aufgebaut, damit das eben gelöste Problem nicht wieder auftreten kann, sondern wenn sich die Messergebnisse in eine unerwünschte Richtung bewegen, sofort gegengesteuert werden kann. Das war jetzt im Schnelldurchlauf eine kurze Vorstellung der einzelnen Phasen aus dem PDCA und dem Demalik-Zyklus. Was ist jetzt nun gleich und was ist unterschiedlich? Ich habe jetzt hierfür eine kurze Gegenüberstellung, die ich auch entsprechend mit einblenden kann. Wir sehen also, dass die Plan-Phase im PDCA-Zyklus aufgesprittet ist in drei unterschiedliche Phasen im Demalik-Zyklus, nämlich dem Define, dem Mescher und dem Analyze. Das kann man ungefähr so vergleichen. Da sieht man aber auch, dass der Demalik-Zyklus deutlich stärker darauf abzielt, auf diese entsprechende Festzurren und das Nutzen von quantitativen und qualitativen Methoden, um das Problem wirklich zu verstehen. Das Do und das Improve in beiden Methodiken ist also ziemlich das Gleiche. Da geht es wirklich darum, dass wir die Verbesserungsthemen und Maßnahmen wirklich dann auch entsprechend umsetzen. Jetzt sehen wir auch wieder den Unterschied zwischen PDCA und Demalik. PDCA gliedert sich am Ende auf in eine Control, eine Analyze-Phase, die im Demalik hinten ein C, also nur das Control, eben entsprechend wäre. Auch hier ist das Check und das Control nicht wirklich ganz deckungsgleich. Also da setzt PDCA seinen deutlich stärkeren Fokus drauf, dass es eben am Ende des Verbesserungszyklus eben dieses Hinterfragen, diese Reflexion und das entsprechende Lernen daraus kommt. Da ist Demalik nicht ganz so ausgeprägt. Also ein großer Vorteil von PDCA im Vergleich zum Demalik-Zyklus ist die intuitive Eingänglichkeit. Wer kontinuierliche Verbesserungen in einem Unternehmen einführen will, als er erst neu wirklich tatsächlich ausrollen will, hat mit dem PDCA-Zyklus den leichteren Zugang und man kann auch flexibler auf die jeweilige Situation reagieren. Außerdem erfordert PDCA weniger Dokumentation, was gerade am Anfang, wenn die Lösungen mehr oder weniger offensichtlich sind und nur abgearbeitet werden müssen, für weniger Frust bei den Mitarbeitern sorgt. PDCA orientiert sich auch am zentralen Linengedanken, also in erster Linie dem gesunden Menschenverstand einzusetzen, aber ein Nachteil von PDCA gegenüber dem Demalik ist eben, dass man mit dem Abernten, also den ersten offensichtlichen Verbesserungen, an eine Wissensgrenze kommen kann, die man ohne die Datengetriebe der Analyse aus dem Demalik nicht mehr geknackt bekommt. Also es gibt manchmal Problemstellungen im Unternehmen, gerade eben wenn es um Fertigungsthemen geht, die wir nur noch mit dem Demalik-Methodik abgearbeitet bekommen, nicht mit PDCA, weil es eben da tatsächlich um die statistische Analyse geht. Und auch ist die Planphase des PDCA-Zyklus gegenüber den drei fest vorgegebenen Phasen, Define, Measure und Analyze, weniger strikt und damit braucht es wesentlich mehr Selbstdisziplin beim PDCA, um eine gute Planphase hinzubekommen. Das Übergehen oder besser sich den Aufwand der Messung sparen, wird dem PDCA halt oft zum Verhängnis. Dadurch, dass die Messung keine explizite Phase innerhalb des PDCA ist, kürzt man in der Praxis leider allzu oft ab und nimmt sich dann damit auch den Erfolg in der Zukunft. Messen ist anstrengend und das sorgt für Transparenz. Und deswegen ist auch Messen nicht immer gewollt. Also wenn es zum Beispiel Widerstände im Unternehmen gibt, dass sich Führungskräfte oder entsprechende Bereichsleiter, Teamleiter von, ich sage es mal, Silos tatsächlich, tausend Gründe bringen, wo man irgendwas nicht messen kann, dann fangen sie doch erstmal mit PDCA an und führen dann sukzessive das Thema Messen einfach stückweise mit ein. Damit bekommen sie diese Widerstände oft gut gehandelt. Ein Nachteil der D-Mark-Methodik ist ganz klar das erforderliche Methodenwissen. Es braucht also geschulte Mitarbeiter und vor allem einige runden Praxiserfragen, um den D-Mark-Zyklus sauber durchzuführen. Wenn Sie jetzt einen Ihrer Mitarbeiter tatsächlich in eine entsprechende Six Sigma-Schulung schicken und er kommt dann mit einem Greenbelt zurück, erwarten Sie bitte nicht, dass er jetzt sofort losrennen kann und alles perfekt macht, sondern es braucht wirklich für den D-Mark-Zyklus etliches an Erfahrung und einige Projekte, die man wirklich durchgeführt und geleitet hat, um wirklich zu spüren zu bekommen, welche Methodik ich dann, die ich da gelernt habe in der Theorie, wann die ansetzen kann. Eine zentrale Schwäche haben die beiden Methoden, die ich mit einer Ergänzung bei meinen Kunden immer wieder auszugleichen versuche. Das Ausrollen der Verbesserung als neuen Standard für alle. Oft werden da wirklich ganz tolle Ideen geboren und auch umgesetzt und die Verbesserung ist wirklich deutlich spürbar. Aber nur ein Maschinenführer kennt die oder nur einer in der Schicht oder nur in einer Schicht werden die umgesetzt oder nur ein Mitarbeiter im Büro kennt den Kniff mit dem Shotcut. Und das Ausrollen der Verbesserung auf alle, also die Schulung auf die neue Vorgehensweise und das Sicherstellen, dass auch alle an den neuen Standards sich halten, das sollten Sie wirklich nicht unterschätzen. Und genau hier kommen viele Unternehmen auf den letzten Metern deutlich in Stolpern bis zum Scheitern der kontinuierlichen Verbesserung als solcher. Weil die Beharrungskräfte unterschätzt werden, was es wirklich bedeutet, eine Verbesserung, die in einem kleinen abgegrenzten Bereich gefunden worden ist, dann wirklich für alle vergleichbaren Tätigkeiten auszuordnen. Und damit stellt sich die zentrale Frage, wann soll ich denn welche Methodik einsetzen? Ich würde Unternehmen, die mit kontinuierlicher Verbesserung und vor allem dem aktiven Managen ihrer Prozesse gerade erst beginnen oder am Anfang stehen, zum PDCA-Zyklus raten. So finden Sie leichter den Einstieg und viele Daten und Messwerte zu den Prozessen und Abläufen stehen am Anfang schlichtweg noch nicht zur Verfügung. Die muss man erst Stück für Stück aufbauen, man muss erst die Prozesse definieren, man muss erst die Start- und Ende-Ereignisse festlegen, damit ich auch eine vernünftige Messung aufbauen kann. Und mit der Verbindung von Shopfloor-Management und PDCA kommen Sie schon ein ganzes Stück voran. Also zum Thema Shopfloor-Management finden Sie hier nochmal eine ganze Playlist zum Kennenlernen und Vertiefen. Sie können auch gut beobachten, welche Mitarbeiter oder welche Führungskraft mit Freude und Engagement PDCA täglich anwendet und die Shopfloor-Tafel nutzt. Das wären dann auch im Zweifel die Personen, die Sie unbedingt in Lean Six Sigma und im D-Markt zu überschulen lassen sollten. Denn damit erweitern Sie deutlich das Kompetenzniveau für die harten Nüsse, die sich nur schwer knacken lassen. Und diese harten Nüsse werden kommen, wenn Sie die ersten offensichtlichen Verbesserungen alle abgeändert haben. Langfristig gesehen habe ich mit einer Kombination aus PDCA und D-Markt bei vielen Unternehmen wirklich enorme Verbesserungen gesehen. PDCA für die einfacheren Themen, die aber genauso wichtig sind, wie die Problemfälle, in denen Sie ohne tiefe Methodik und ohne Daten nicht weiterkommen. Und damit auch am Ende sozusagen mein Bonustipp, den ich Ihnen auf jeden Fall mitgeben sollte, ob Sie jetzt PDCA nehmen oder D-Markt nehmen. Das Wichtigste ist, fangen Sie an und tun Sie es. Solange Sie nur theoretische Debatten darüber führen, solange das eine oder solange das andere, kommen Sie keinen Millimeter weiter. Sondern wenden Sie eine der Methodiken auf jeden Fall konsequent an und Sie werden die deutlichen Verbesserungen spürbar merken. Was sind jetzt Ihre Erfahrungen zu PDCA und D-Markt? Was hat in Ihrem Unternehmen gut funktioniert und wo gab es Widerstände oder Schwierigkeiten? Schreiben Sie es mir doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf einen spannenden Erfahrungsaustausch und damit bedanke ich mich für Ihre Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder. Ich freue mich auf den Kanal.